Was war positiv und ich habe mir schon den Kader angeguckt und alles mögliche. Es war sehr positiv gestimmt. Auf die Fans, auf die Stimmung. Ich freue mich schon, da zu spielen. Was war positiv, die Mannschaft hat mich super aufgenommen und die Stadt ist auch schön. Was war schwer? Nicht wirklich, sondern ich versuche mir bei vielen Leuten etwas abzuschauen und das Beste herauszuziehen. 5-0. Ich tue tatsächlich sehr gerne spazieren mit meinem Hund. Ein bisschen an der frischen Luft. 5-0. Nord. 6-0. Meine Frau. Mein Hund. Gute Frage. Wahrscheinlich ein Handy, das ich jeden erreichen kann. Proteinreiches Essen. Es kommt immer darauf an, auf was ich Lust habe, aber es gibt jetzt kein Must-Have, wo ich jetzt immer da habe. Gute Frage. Also bin ich auch sehr individuell, also es kommt immer auf meine Stimmung darauf an. Ich fand es immer geil, ein bisschen Fitnesstrainer in die Richtung im Sportbereich zu sein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.